Das ist Perfekt. Setzen wir ein. Er hat geraucht. Er hat es geworfen. Er hat sie begonnen. Er hat es gelesen. Er hat ihn abgeholt. Er hat es erworben. Er hat nie gefragt. Und noch einmal. Er hat geraucht. Er hat es geworfen. Er hat sie begonnen. Er hat es gelesen. Er hat ihn abgeholt. Er hat es erworben. Er hat nie gefragt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Sagen ist nicht. Sagen. ане�енно. Tv. 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 Untertitelung des ZDF, 2020